Im Journal B bekomme ich so einzelne Perlen und das ist in der neuesten Aufmachung, die noch nicht so lange Zeit für mich Qualität gewonnen hat, gestalterisch und dementsprechend auch, ich bin ein visueller Mensch, mehr oder weniger anspricht bei einzelnen Beiträgen, das hat auch mit den Fotos drin zu tun, die drin sind. Darum bin ich eigentlich im Sinn, dem, der dort geht, Überraschungen abzuholen.